Den, äh, ich wollte eigentlich gerade den Grund sagen, warum du, äh, warum wir wenig aufgenommen haben. Achso, ja, und ich wollte einfach erzählen, dass ich dann, dass ich da... Willkommen, Freunde, zu einem, ja, lang ersehnten, neuen Part von Captain Toad, Treasure Tracker im Multiplayer mit Larissa. Und wir sind hier angekommen im dritten Kapitel mit Das Geheimnis des, des, des Goldreiches. Des? Des Goldreiches. Wir bräuchten eigentlich... So, haben wir 110? Ja, wir haben 144. Wir sind voll heftig am Bienen und, oh, es ist anscheinend ein Bossfight, Freunde, gegen den goldenen, äh, ich weiß, wie, wie heißt der eigentlich? Der hat, der hat so einen komischen Namen, einen ganz komischen Namen hat er. Okay, äh, Multiplayer ist mal wieder nicht da. Aha, jetzt, ah, okay, jetzt bin ich zweiter Spieler und da, kommt, das fiege ich einfach nochmal recycelt in Gold. Wieso? Das Ding ist, das ist einfach nur in Gold, das ist einfach nur recycelt. Irgendwie, oh, warte, drück doch. Du musst drücken. Ich kann nicht drücken, wenn du drehst. Ey, ey, so, okay, okay. Ihr war im Drehen so. Ich drehe, ich drehe nicht, ich lasse das die ganze Zeit so. Okay, jetzt da, komm schon da rauf. Wie geht das? Oh, ey, wir sind so schlecht. Ich bin schon tot. Hä? Was ist denn da los? Wie bist du? Warte, 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 lass mal kurz warten. Oh, oh, nee, 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 nicht warten. Runter, runter, runter. Soll Münzen mitnehmen? Wie gehen die hoch? Ach so, mit denen, mit den Hinternrechten. Gehinter. Okay. Also Leute, wenn ihr den Park seht, bin ich in Irland. Ja, Larissa, fliegt einfach nach Dublin. Einfach mal. Ach, das wäre, du bist doch, du bist doch. Einfach mal so, macht sie das, deswegen nehmen wir hier jetzt auch ein paar Parts auf, mal wieder im Voraus. Äh, ist auch mal wieder lange her, seitdem wir dieses Projekt aufgenommen haben. Einfach. Genau, ich bin nämlich in einem kleinen Dorf in Irland. Und äh, ich wollte gerade eigentlich den, äh, ich wollte eigentlich gerade den Grund sagen, warum du, äh, warum wir wenig aufgenommen haben. Ach so, ja, und ich wollte einfach erzählen, dass ich dann, dass ich da, dass ich da, wir uns einfach weiter getötet, weil wir hätten das Ding nochmal zurückschrauben müssen. Ach so. Oh lol. Weil ich ihn so mal, Job in Irland macht, auf eine Reihe. So, wir sind wieder da, äh, an der Stelle, jetzt müssen wir gucken so, dass wir es so machen. Guckst rein? Und nicht so, wie wir es eben gemacht haben, dass wir so jetzt genau. Ja, das war eben, das war eben ultra-dumm von auf dem, was jeden, dann mach, geh mal rein. Was sieht jetzt? Oh, wir sind hier unten. Und was mit der Rakete? Ach so, ah, ja, geh, hol den, hol den. Und auch wieder schnell zurück. Oh mein Gott. Nein. Schnell hier rein wieder. Äh, du musst da rein, du musst da rein. Ja, ich bin drin. Ich bin drin. Okay, rein hier in die Rakete. Ah, zack. Das ist mir hier alles gerade... Das ist echt, äh, ein bisschen viel Action schmeckt schon hier gerade. Muss ich auch sagen. So, kriegen wir hier einen Pilz. Okay. Ja, leider nur einen. Ja, warte. Geh mal da rein, geh schnell rein, geh schnell rein. Nehmer mit, einer muss drehen. Oh nein. Oh, warte, warte, warte. Ach, nein, nicht das Ding. Nein, das war dumm, das war dumm. Warte so, jetzt, gehen wir, gehen wir, gehen wir, gehen wir, ne? Ja, zack, dann gehen wir wieder zurück. Das machst du. Geh wir zurück? Nein. Hä? Doch. Wieso? Wieso nicht? Weil wir dort da drüben hin müssen. Ach so, wir müssen da raus. Warte mal. Ach nee, hä? Ich check das gerade gar nicht. Guck mal, nein. Du kannst den unteren hier doch auch dingsen. Ja, warte mal. Und dann machen wir den hier. Nein. Den hier. Geh wir runter. Und dann gehst du durch die Tür. Und was macht man mit dem? Kommst da raus. Ach so, die haben hier null gesehen. Oh, sorry, mein Fehler. Okay, okay, okay. Komm hoch. Oh, schnell, schnell, ja. Ey, man sieht halt überhaupt nicht gefühlt, wo man ist. Oh, hinterher da. Oh, okay, hierhin erwarten. Oh, schnell, schnell, schnell. Oh, und, und. Lauf. Okay, lauf. Ab nach oben, wir haben alles, ne? Wir haben alle drei, ja? Ich kann nicht. Ich kann nicht. Okay, ja, das ist eh wieder das Ende von, äh, diesem Bossfight. Hey, warum bin ich jetzt in der Blase? Hey, ich hab gar nichts gedrückt. Hatte einfach keinen Bock drauf. Das war grad ein bisschen zu hoch für mich. Ja, das war echt viel, äh, viel auf einmal war das. Okay, Freunde. Aber ich würde mal sagen, für die Aktion kann man schon mal ein Like da lassen, ne? Ernst, Mann, ne? Okay, und da haben wir den Stern. Den hole ich jetzt. Hast du denn was? Zu viel für deine Augen? Ja. Zu viel? Wieso sitzt du eigentlich so weit unten? Zu viel für das erste Level. Tippsteine nur zehnmal berühren. Ne, das haben wir nicht geschafft. Aber egal. Ich denke mal, das machen wir offscreen alles. Ja. Weil, äh, das Ding ist, wir wollen jetzt eigentlich ganz gerne ein paar Parts aufnehmen. Und, äh, dass das dann auch wieder... ganz wenig regelmäßig kommt. Toadettes große Herausforderung und die Lese-Sachen sind immer noch meine Parts. Ja, ist ja gut. Okay, mit... Schallgeist in den Schatten. Und damit machen wir weiter. Oh, bestimmt kommt von keinem Schallgeist entdeckt zu werden. Aber Schallgeist in den Schatten? Bitte, Toadette, bitte. Ja, du bist Toadette. Ja, bist du. Das ist doch nett. Hä? Warum hast du so eine blaue Leuchte und nicht so eine rote? Ah, wir dürfen nicht mehr sehen. Ja, ich denke auch. Dreh dich um. Dreh dich um. Ah! Du kannst... Ich weiß ja noch nicht mal, wir wissen auch noch gar nicht, was das Ziel ist. Ja, aber hundertprozentig. Ja, wir können es ja danach gucken. Wir können ja die meisten Sachen können wir eh offscreen machen. Was ich wichtig finde, ist, dass wir alle drei, äh, Crystals hier bekommen. Warte. Oh, easy, ey, du hast auch, hast immer noch, ne, die Skills drin. Guck mal hier. Oder vielleicht ist es auch, dass wir alle töten müssen, weil ich glaube, äh, nicht gesehen ist ein bisschen schwer hier. Oder nicht? Ja, aber es heißt mal, wo wir das hatten, war es auch so schwer. Du sitzt jetzt echt hier auf dem Boden gefühlt, ey. Das ist mal gerade sitzen. Voll risky. Ist echt so. Aber jetzt müssen wir mal gucken. Ey, das ist, das ist, das Level macht mich fertig. Oh, 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 wir haben beide nicht mehr unsere Größe. Okay, oh, 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 ne, 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 noch nicht den Stern, noch nicht den Stern. Wo bin ich? Hier ist noch irgendwas, hier ist wahrscheinlich ein Kristall. Höhen, Schlüssel? Da hast du die Tür, da hast du die Tür. Ja, okay, das wäre alles eigentlich ziemlich easy, wenn man, äh, nicht die ganzen Sachen... Oh, noch eine Runde drehen würde ich machen. Hihi. Okay, ab rein da. Ich will keinen Deppen. Und hier kann man runter. Geh mal da unten in die Röhre. Oder warte, ich töte ihn ja. Ich will das mal. Zack. Und jetzt gehst du in die Röhre. Oder warte kurz, warte kurz. Ja, geh rein. Und unterhalb ist wahrscheinlich noch was. Okay. Scheiße. Nein, da müssen wir alle kippen oder so. Ich muss aber sagen, dass er gerade nicht so gute Reflexe aufweist. Reflexe? Was heißt das? Er macht nicht das, was ich will. Das, was du sagst. Das, was du... Oh, hier ist er schon. Okay, wieder raus. Meinst du, er macht nicht das, was du sagst? Was er eigentlich machen sollte? Nee, er macht manchmal gar nichts. Okay. Danke, dass du es mir direkt vor dem Monitor hältst. Vor dem Monitor? Du meinst vor uns Gesicht. Ja, aber den kann ich ja nicht sehen. Oh, lol. Da sind wir wieder mal anfangs. Warte, warte, warte. Ja, wir müssen jetzt noch den letzten finden, irgendwie. Ist er vielleicht hier? Der Mittleren. Hä, waren wir hier oben schon? Ja, ne? Waren wir hier schon? Warte mal. Ist hier noch irgendwas? Ja, aber ich glaube nicht, dass der zu dicht war. Ich glaube, der ist oben. Weil hier hast du ja... Nee. Ja, okay, okay. Weil da hattest du ja erst den ersten gefunden. Ja. Das stimmt. Stimmt! Ich wusste gar nicht, dass man laufen kann in dem Game. Mit B. Das habe ich noch nie gemacht. Irgendwas muss hier ja sein. Irgendwas ist hier. Save. Warum ist das hier? Warum drehst du dich eigentlich immer? Ist das hier? Nee. Haben wir irgendwie Rumble wieder aus? Nee, ne? Wir können ja mal den Stern erstmal holen. So, wir holen jetzt erstmal den Stern. Okay, was ist hier? Oh, von keinem Scheiger... Ja, es ist wirklich von keinem Scheiger entdeckt zu werden. Aber wie gesagt, das machen wir erstmal nicht. Du kannst deine Stirnlampe... Was für eine Stirnlampe? Okay, wir machen noch den zweiten. Oh, was ist das denn? Ich gehe nochmal zurück. Das sieht richtig cool aus. Wir holen nochmal ganz kurz den zweiten. Wir haben nämlich die Überlegung... Ja, aber dann können wir ja direkt versuchen, von keinem Scheiger entdeckt zu werden. Das können wir einfach mal versuchen. Ja, können wir ja versuchen. Ja, okay. Ja, es war wirklich so. Wir hätten das anfeuern müssen. Oh, damn! Okay. Aber leider wurden wir 5000 Mal schon von einem Scheiger entdeckt. Hol einfach mal den Stern. Nee, 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 nee. Und nicht sterben, bitte. Okay. Und da haben wir es geschafft. Zwar, die Sonne aufgaben, so nicht von Scheiger entdeckt zu werden, ist eigentlich gar nicht mal so schwierig. Man braucht halt ein bisschen Geduld. Aber wie gesagt, das machen wir jetzt nicht. Wir haben es gerade versucht. Aber egal. Okay, haben wir das und machen weiter. Du musst nach links drücken. Ich kann das nicht. Du, du musst nach... Hallo, wir machen hier keinen... Hallo, du musst nach rechts drücken. Ich bin eine Qualle und verlasse. Mit dem hier. Mann. Ich bin eine Qualle und verlasse jetzt das Level. Na, wie heißt das Level? Und spartier auf der Nierenrampe. Ja. Ey, irgendwie erinnert mich das an... Oh, das sieht heftig aus. Das sieht richtig cool aus. Das erinnert mich an Mario 3D Land. World? World. Ich glaube es war World. Ich weiß immer nicht, welches welches ist. Wir müssen runterrutschen. Ja, wir müssen wahrscheinlich Münzen sammeln. Save die Aufgabe. Okay. Ich rutsche nur durch. Darf ich nicht. Warum komm ich nicht runter? Was ist, wenn man in so ein Loch rutscht? Das ist nicht so gut, oder? Oh, Leute. Hallo. Ja, was soll ich denn dafür können? Ja, warum bist du denn schon unten? Ich bin durchgeruht. Ja, warum? Kannst du nichts? Warum habe ich das denn geschafft? Warum habe ich das denn nicht geschafft? Ja, das... Ich kann ja mal in so ein Loch rein. Nein. Guck mal, ich habe hier schon das... Oh. Lol. Hä, was? Ja, das ist also für Multiplayer null ausgelegt, dieses Level. Also, ganz ehrlich, der Entwickler, was macht ihr da? Warum bin ich jetzt... Hast du jetzt den nicht geholt? Nein, weil ich da nicht hochkomme. Ja, das konntest du nicht. Okay, dann müssen wir einmal in die Mitte fallen. Komm, mir vielleicht erstmal das obere machen, wenn wir das untere machen. Ja, okay. Okay. Das ist ein bisschen zu viel für dich, ne? Warum gehst du jetzt immer ein Ding mit rein? Weil wir denn zusammen hier rum... Gurken. Ich will auch rein! Wo ist das? Ich bin gar... Unabsichtlich. Schnell, 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 holen dir. Sonst bist du noch ja noch bei mir. Okay. Nice. In die Röhre. Den ersten haben wir schon mal. Ne, zwei haben wir schon. Zwei haben wir schon. Ja, nee. Der letztes hier unten rechts. Oh, nein. Gar kein mitgekommen. Ah, guck mal. Nein, ich dachte, dass du hier in die Ecke da festhängst und dann hochhauen kannst. Sollen wir ja mal versuchen. Da hab ich doch gerade. Hast du? Das Ding, du rutschst durch. Ob das irgendwas bringt. Ah, da kommen wir direkt dahin. Okay. Okay. Nice. Hast super aufgepasst. Hast du super aufgepasst. Hast du toll gemacht. Hast du ja toll gemacht. So. Okay, den ganzen... Du bist durchgefallen. Ja, weil du... Nein, du rutscht vor und ich hab oben keine Kontrolle mehr, wo ich hinrutsche, weil ich nichts mehr sehen kann. Ja, ich weiß doch auch nicht, wo ich hinrutsche, wenn du das gleiche machst. Guck, du rutschst jetzt vor. Ja. Ich komm, ich versuch hinterher zu rutschen, aber ich seh nix mehr. Ja, ist ja gut. Ja, merkst du selber. Ja. So, zack, dann rutsch mal. So, ich rutsch rechts und du links. Okay. Ich bin aber schon wieder nicht in die Richtung. Ja, wir haben's geschafft. Okay. Du hast es geschafft. Wir haben's geschafft, Freunde. Das war das letzte Level für den heutigen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst eine positive Bewertung da. Ein Abo. Und schreibt da, Rissa ist doof, weil sie einfach jetzt in Dublin ist. Oder in Irland. Ich bin nicht in Dublin. Ja, in Irland. Okay, schreibt's rein. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Part. Bis dann. Und ciao. Tschau. Vielen Dank.